Laut Aussendung des Online-Vergleichsportals Durchblicker vom Freitag werden aktuell Neuverträge ab 26,5 Cent je Kilowattstunde angeboten. Bei Einführung der Strompreisbremse sind die Neukundenangebote noch nah an 40 Cent pro Kilowattstunde gelegen. Für viele Haushalte, deren Stromverbrauch oder Kilowattpreis über den Obergrenzen der Preisbremse liegen, würde es sich demnach lohnen, über einen Anbieterwechsel nachzudenken. Durchblicker spricht von rund einem Viertel der Haushalte und beruft sich dabei auf Daten, die rund 2200 Verbraucherinnen und Verbraucher von Mitte 2022 bis Jänner 2023 beim Preisalarm des Vergleichsportals angegeben haben. Demnach variiert der Kilowattpreis bei Bestandskunden je Anbieter und Vertrag zwischen 10 und 64 Cent je Kilowattstunde. Beim Wechsel zu anderen Anbietern rät Durchblicker aber dazu, auch auf die Vertragsbindung zu achten. Wer jetzt gleich einen neuen Vertrag abschließt, kann während der Dauer der Bindung von keinen weiteren Preisrückgängen am Markt mehr profitieren. Angesichts der noch unsicheren Lage an den Energiemärkten mahnt das Portal bei Billigtarifen zur Vorsicht. Bei diesen ist der Kilowattpreis direkt an die Kurse an den Großhandelsmärkten gebunden. Die am 1. Dezember eingeführte Strompreisbremse deckelt den Jahresverbrauch von bis zu 2900 Kilowattstunden bei 10 Cent an die Kilowattstunde. Allerdings nur bis zu einem Preis von 40 Cent je Kilowattstunde. Alles was darüber hinaus geht, wird nicht mehr vom Staat bezuschusst. None haben wir den